Dienstag 16 Uhr und noch kein Video von mir online, da passt doch was nicht und ihr habt so recht. Willkommen bei Ich rauche nicht. Ja, heute kein Video bzw. also schon ein Video, das seht ihr ja jetzt, aber nicht das geplante Video. Hm, was ist da passiert? Heute eine Reaction zum Selberbasteln. Eine kleine Mitmachaktion. Es geht um folgendes. Ich habe vor einigen Tagen auf dem Kanal Twitch ein Video, nein, eine Live-Reaction gemacht. Wer sich noch erinnern kann, vor einiger Zeit gab es hier ein Video über einen Beitrag, Fernsehbeitbeitrag des Schweizer Rundfunks und der war ja nicht so prickelnd, wie wir uns vielleicht erinnern. Und da dachte ich mir, nein, da dachtet ihr euch, schaut ihr doch das und das und das mal an und ich bekam einen tollen Hinweis. Danke, ja, an die Schreiber mehrmals wurde ein Video erwähnt, das ich mir dann angesehen habe, zumindest so ein bisschen. Und dann gedacht habe, Moment, das wäre doch wieder was für eine Reaction und dann, ja, ab auf Twitch und wir haben uns das ja gemeinsam angesehen. Und dann wollte ich es hochladen oder habe es hochgeladen hier auf YouTube eben für heute ab 16 Uhr und ja, Urheberrechtsverletzung. Leider, leider, leider nicht möglich, das freizuschalten. Seltsam, schade, denn, also seltsam und schade, beides gleichzeitig, denn das war ein positiver Beitrag. Ja, der vom Schweizer Fernsehen wurde zwar auch beanstandet, jetzt durfte ich aber hochladen. Und vom Bayerischen Rundfunk leider, leider nein. Nein. Und es gab sehr viel Lob, nicht nur von meiner Seite, auch von eurer Seite, also diejenigen, die da im Chat mit dabei waren. Und ich dachte, irgendein Notprogramm brauche ich jetzt aber. Nicht, weil ich unbedingt heute ein Video reinhauen muss, das hätte ich mir auch sparen können und dann halt sagen, okay, dann eben erst ab Samstag wieder ein Review. Nein. Tatsache ist, es ist sehenswert. Und so heißt das Video auf YouTube. Die Verlinkung zu dem Video vom Bayerischen Rundfunk seht ihr dann hier auch in der Videobeschreibung. Ja, das heißt, wirklich eine Reaction zum Selbermachen nutzt die Chance, die wir uns das jetzt hier so gemeinsam gegeben hätten und schaut euch das Video alleine an. Ihr schafft das, das weiß ich und es ist sehenswert, nämlich vor allem ohne mein Geplapper dann dazwischen. Auch kein Fehler. Gut, schaut es euch an, kommentiert vor allem darunter. Die sollen auch sehen, dass das nach wie vor geschaut wird, dass es nach wie vor Menschen gibt, die sich dafür interessieren, denn das Video ist tatsächlich schon drei oder vier Jahre alt. Interessant wäre gewesen, ob die das heute auch noch so ausstrahlen würden vom Bayerischen Rundfunk. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es das heute hier schon wieder gewesen sein. Am Samstag gibt es noch ein Review von mir. Stichwort hier RBA-Einheit von Tita, bin ich euch ja noch schuldig. Und dann geht es für mich ab in den Urlaub. Das bedeutet, Freitag sitze ich dann auch schon im Flieger. Für eine Woche bin ich weg. Und danach geht es hier auf dem Kanal wie gewohnt weiter mit Reviews und Infos rund ums Thema E-Zigaretten. Aber jetzt rüber zu Bayerischen Rundfunk. Tschüss. Und dann geht es. 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 Vielen Dank.